Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, im letzten Part ging es heiß her hier auf dem Donnerhorn. Wir haben unseren allerersten Läunen besiegt. Es war durchaus nicht einfach, aber wir haben es geschafft beim vierten Versuch, wenn ich nicht komplett daneben liege. Ja, und in diesem Part werden wir zuallererst ein paar Dinge nachholen. Nämlich wurde der ursprüngliche Part 48 nicht aufgenommen. Ich habe die Aufnahme gestartet, aber ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich einen Bug habe, das manchmal ein einfacherer Klick als Doppelklick interpretiert wird. Und das ist natürlich problematisch, wenn ich auf Aufnahme drücke und dann automatisch im selben Moment fast die Aufnahme wieder abgebrochen wird. Sodass ich dann Videos habe, die eine Sekunde lang sind und meistens 0 Sekunden lang sind. Und das ist mir passiert leider. Meistens oder immer eigentlich fällt es mir auf, wenn es denn der Fall ist und ich starte es nochmal. Ja, jetzt ist es mir einmal nicht aufgefallen und somit wurde der Part nicht aufgenommen. Was in doppelter Hinsicht frustrierend ist, vor allem weil ich natürlich kein Video habe. Aber auch irgendwie, weil es ein bisschen befremdlich ist, dass ich irgendwie in die Leere gesprochen habe. Ja, ist gut, Mifa. Kann man das abschalten, dass die das dauernd reinplärrt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich glaube aber nicht. Einstellungen? Nee. Nee. Text, Audio. Nee, Audiosprache nicht. Wir könnten es ja mal Spaß selber auf Japanisch machen. Nee, dann sagt es Mifa auf Japanisch. Das wäre weniger störend. Nee, so. Ja, das wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich mir jetzt mal hier auf der Karte mit einem Stern die Schreine markiert, die ich in diesem nicht aufgenommenen Part gemacht habe. Und die werden wir jetzt nachspielen, sozusagen. Außerdem habe ich auch bei mindestens einem Part den Fehler gemacht, den Mönch nicht anzusprechen. Sondern nachdem ich das Rätsel gelöst habe, den Schrein wieder über den Eingang verlassen habe, sodass ich kein Zeichen der Bewährung bekommen habe. Wie mir so etwas passieren konnte, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das holen wir auch noch nach. So, habe ich mir markiert. Und zwar fangen wir an mit dem Vashiriaku-Schrein vom Winde verweht. Teleportieren wir uns da mal hin. Dieser Schrein hat mir in der Tat sehr gut gefallen. Ich weiß natürlich schon zu 80% noch, wie die Schreine funktionieren. Ich habe natürlich die Details vergessen, aber ich weiß noch im Proben, wie es geht, denke ich. Aber wobei, bei meiner Demenz wird es kein Problem sein. Und es wird so sein, als würde ich sie zum ersten Mal machen. Also, das sehe ich ganz entspannt. So, da wären wir auch schon am Vashiriaku-Schrein angekommen. Den ich sogar, oder? Ja, den ich sogar ordnungsgemäß beendet habe. Applaus für mich an der Stelle, bitte. Danke. So, und da ist die Schoße auch geladen. Und wir sind im Schrein angekommen. Vom Winde verweht. Kannst du schon denken, worum es sich hier handelt. Die Truhen, die sind natürlich gelootet und geöffnet. In der war nichts Spannendes drin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ein Opal, glaube ich. Irgendwas, sowas halt. Aber eine Truhe gab es. Da war was in der Tat Wertvolles drin, was ihr vielleicht in meinem Inventar gesehen habt. Schon, oder sicherlich schon gesehen habt. Werde ich euch dann sagen, wenn es soweit ist. So, das ist jetzt kein allzu großes Geheimnis, beziehungsweise keine allzu große Überraschung. Hier braucht man halt ein Parasegel und muss sich dann von dem Wind hier treiben lassen. So, Moment, habe ich nichts übersehen? Nee, genau, das war das. So. Perfekt. Dann ist man hier. Und dann, ich habe erst Angst gehabt, dass der Wind so stark ist, dass man hier weggeweht wird. Aber nein, das ist zum Glück nicht so. Macht das Ganze natürlich deutlich entspannter. So, genau, und da ist die Truhe. Und in dieser Truhe war was wirklich sehr Hilfreiches und was sehr Cooles. Und ich bin sehr froh, dass ich sie gelootet habe. Kann ich euch zeigen. Und zwar war in dieser Truhe, Moment, da ist es, beziehungsweise da ist es, das Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgen eine uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeiten beim Klettern. Genau, Klettertempo geht nach oben. Habe ich auch schon getestet. Fällt mir gerade ein in einem Part. Habt ihr also schon gesehen, habe ich hier gefunden in der Truhe. Das nochmal dazu. Finde ich sehr schön. Ein sehr geiles Teil. Auf jeden Fall sehr hilfreich. Wie man da hingekommen ist, ich kann es auch nochmal nachspielen eigentlich, wie ich da hingekommen bin. Fällt mir gerade so auf. Uh, seht ihr, es ist nicht blind und trotzdem sterbe ich nochmal. Aber, naja. Genau, das musste man geschickter machen. Man musste sich da in diese Ecke da treiben lassen und das auch in dem man... Was? Ach, ich bin raus aus dem Strom. Das habe ich jetzt gar nicht so erst wahrgenommen. Aber ja. Sag ich ja. Als hätte ich sie, als würde ich sie zum ersten Mal machen. So, Moment. Aber es ist ja auch schon her. Eine Woche, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja, eine Woche ist her. Oder mehr als eine Woche schon. So. Wie dem auch sei. Gekochtes habe ich noch. Nicht mehr so viel. Ach Mist, ich habe gar nicht mehr so etwas Einfaches, was so ein bisschen auffüllt. Das ist ärgerlich. Ich will jetzt hier nicht... Nee. Ich nehme jetzt kein Maxi-Fleisch-Bies. Ich glaube, es hackt wohl. Ich will auch keine Abwehrdampfpilze. Ich will auch nicht schleichen. Ich will auch keine Maxi-Sachen auf jeden Fall. Ah ja. Dann schleichen wir halt mal ein bisschen. Das bringt mir jetzt wahnsinnig viel. Habe ich nicht noch irgendwas, was man gut verbrauchen könnte? Ich muss ein bisschen jagen wieder. Ich habe hier noch ein bisschen was. Aber ich muss noch ein bisschen jagen. Ach, guck mal. Nee. Ach, ich dachte, es wäre... Es sah gerade so aus, als wäre er schon gebraten wegen der Verabgebung. Aber nee, nee. Natürlich nicht. Sonst wäre er ja hier. Ähm. Na gut. Nehmen wir halt jetzt das... Nee. Das fällt ja nicht so wenig auf. Dann halt das... Okay, gut. So. Ich hatte eine Erinnerung gehabt, dass ich dann hier so... Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Warte. Kann ich mich hier retten? Nein. Das darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Als ob ich den Scheiß hier nicht mehr hinkriege. Äh. Es ist echt. Der Let's Play Effekt. Als ich das gemacht habe, während ich jetzt Lehre gesprochen habe. Währenddessen habe ich das beim ersten Versuch hier geschafft. Und jetzt fehl ich hier die ganze Zeit. Warte mal. Wie habe ich denn das gemacht? Muss ich hier... Wusste ich hier schon anfangen? Quatsch. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Also wirklich. Es ist ultra peinlich. Ach, genau. Und da war hier der Mönch. Stimmt. Das war das. So. Jetzt will ich natürlich nochmal zum Schreien... Nicht zum Schreien. Zur Truhe da kommen. Das ging folgendermaßen... Wenn ich mich nicht irre. Genau. Stimmt. Das war das. In der Theorie weiß ich, glaube ich, wieder, wie ich es gemacht habe, da ranzukommen. In der Praxis war es aber gar nicht so unbedingt leicht. Und... Oh, nein. Es ging. Es ging voll. So halt. Kann man sich ja denken. So. Und dann habe ich die gelootet. Und da habe ich dann das feine Kletterkopftuch drin gefunden. So. Das war der Schreien. Das war es. Das war hier die Tür. Und die verbauten Rätsel. Das ist ein kleiner, aber feiner Schreien. Aber mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Doch, doch. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Durchaus. So. Wäre ich jetzt nochmal abgestürzt, hätte ich mich selber ausgelacht. Und ihr werdet auch herzlich dazu eingelachen, mich auszulachen. So. Aber dass es hier nicht passiert, also wird hier nicht gelacht. So. Was passiert eigentlich? Ah, dann verlasse ich den einfach. Okay, gut. Ja. So. Das war der erste Schreien. Ich habe noch einen zweiten gemacht. Den habe ich aber durch den Eingang wieder verlassen. Also ich habe den Mönch nicht angesprochen, weil ich einfach total Brain-Elf-K war. Und den machen wir auch nochmal nach. Ach, guck mal, wie schön. Oh, das sieht wieder toll aus. Guck mal hier. Hier ist auch so. Da führt ein, kein Weg an einem schönen Foto vorbei. Oh, hier könntest du echt Wallpaper machen. Oder wurden auch Wallpaper gemacht ohne Ende. Und das kannst du ja auch einfach wunderbar machen. Moment. So nochmal. Ja. So. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Genau. So. Ich muss überlegen, was habe ich in den Parts gemacht, die ich hochgeladen habe. Und was habe ich in den Parts gemacht, die nicht aufgenommen wurde. Auf jeden Fall haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt oder ob ihr das sehen könnt. Beziehungsweise. Wir haben auch Gegnerbasen überfallen. Ah, genau. Und die Truhe. Da haben wir uns auch gewundert. Wie wir an die rankommen. Weil die nicht magnetisch ist. Warte mal. Ist hier? Sekunde mal. Nee. Guck mal. Hier ist nix. Ich dachte irgendwie, dass hier auch. Huch. Dass hier so eine Art. Wie es in dem Schrein versunken in Rettung war. Dass hier so eine Schüssel ist. So eine magnetische. Und dass ich damit dann. Okay. Das Krokratzler haben wir gelöst. Das war meine nächste Frage. Genau. Also. An und für sich sind wir hier durch. Beziehungsweise. Da laufen ja so. Viele. Oder einiges an Vögeln rum. Die könnten wir uns eigentlich auch nochmal kaufen. Wenn die noch da sind. Sind die noch da? Oder sind die schon wieder weg? Die Vöglein. Wo waren die denn? Da waren die, ne? Nee. Die sind wieder weg. So viel. Kreucht und fleucht hier ja auch nicht rum. Da gibt es bessere Jagdgegenden. Aber es waren halt gerade welche da. Na gut. Ja. Dann sind wir hier durch. So. Das war das Erste. Da kann ich gleich die Markierung hier wieder wegnehmen. Nicht, dass die mich irgendwie in 30 Parts nochmal total durcheinander bringt. Das kann ich auch wegmachen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen hier gar keine Markierung mehr. So. Dann ging es weiter. Nee. Nicht hier beim Modell schreien. Was habe ich mir denn da markiert? Ich weiß gar nicht mehr, was ich mir da alles markiert habe. Da. Und irgendwo war es noch eine Markierung. Wo war es? Da. In dem Wald. Weiß ich auch. Überhaupt nicht mehr, was hier war. Müssten wir auch mal wieder hingehen. Das finde ich auch ganz interessant. Äh. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob wir den in dem verlorenen Part gemacht haben. Oder beziehungsweise in dem nicht aufgenommenen Part. Oder ob wir den in einem der hochgeladenen Parts gemacht haben. Aber auf jeden Fall so oder so. Egal in welchem Part wir ihn gemacht haben. Ich habe ihn nicht ordnungsgemäß verlassen. Den müssen wir noch machen. Und den müssen wir noch mal nachmachen. Nicht den. Nicht den. Ich komme durcheinander hier. Nicht den Bamudai schreien natürlich. Sondern. Den. Ruyo Tau schreien. Wer das Tor durchquert. Den machen wir zuerst. Würde ich sagen. An den kann ich mich auch noch relativ gut erinnern. Aber in dem Hayudama wüsste ich jetzt tatsächlich spontan gar nicht mehr, was da drin war. Wüsste ich jetzt gar nicht. Werden wir sehen. Ich hoffe, das ist das einzige Mal. Aber es bleibt das einzige Mal, dass ich was nachholen muss. Weil ein Part nicht aufgenommen wurde. Aber ich fürchte. Leider nicht. So. Gut. Hüpft ihr zu? Ah. Guck mal. Da hat dieses Leuchten. Ich. Wie gesagt. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. Es ist schwer. Bei einem Spiel, was schon länger veröffentlicht wurde. Sich nicht spoilern zu lassen. Und so weiß ich schon, was das da zu bedeuten hat. Aber wir werden das noch nicht weiter verfolgen. Und da haben wir einen Schrein, den wir markieren könnten. Das können wir machen. Auf jeden Fall. Habe ich mir wirklich jetzt vorgenommen. Ach du meine Güte. Das ist was weit weg. Siehste. Das sah wieder ziemlich nah aus. Und ich bin schon in Versuchung geraten, total dahin zu gehen. Aber das ist ja dermaß weit weg. Das ist ja am Arsch hier. Ach guck mal. Das sah nur so aus. Ich dachte, das wäre auch ein Schrein. Aber ne. Aber das. Das Leuchten da. Das wird wirklich eine richtig geile Sache werden. Kann ich euch versprechen. Ihr wisst sicherlich. Oder viele von euch wissen sicherlich, was das schon ist. Weil ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Aber diejenigen, die noch nicht das Spiel durchgespielt haben. So wie ich. Können sich auf jeden Fall hier auf was gefasst machen. Es wird sehr, sehr cool. Noch. So. Gut. Weiter geht's. Jetzt geht's aber an die Arbeit. Würde ich sagen. Oder bin ich nicht sogar aus dem Schrein raus? Ohne den fertig zu machen? Das kann auch sein. Ich glaube, aus dem bin ich rausgegangen. Weil. Moment. War das der? Ich weiß nicht. War das der? Ja. Das war. Ich glaube. Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, ich bin aus dem rausgegangen. Weil man für den hier Pfeile braucht. Und ich hatte keine gehabt. Das war vor dem Pfeilshopping. Habe ich überhaupt noch welche nach dem Läuen? Ach, guck mal. Doch. Habe ich zum Glück noch. Sehr schön. Ja. Ich bin mir mittlerweile wieder sicher. Den Schrein habe ich nicht beendet. Bin ich so geizig und hole ich mir den Pfeil wieder? Ja. Ich bin geizig. Ich riskiere. Kann ich gar nicht mehr. Ach, sowas. Siehst du. Geiz wird hier. Nicht gern gesehen. So. Moment. Wenn ich die Kugel wegnehme. Bleibt das dann so? Oder tut sich was? Nee, es tut sich nichts. Okay. Nehmen wir die mit? Die brauchen wir noch. Nur wozu ist die Frage? Ah, da. Muss ich das zu überwerfen? Ich würde mal ja schätzen. Oh, ich hasse das zu werfen. Nee. Ich glaube, das geht so ohne weiteres nicht. Könnte ich mir denken. Ah. Wir haben ja leider keinen Geronen-Armband. Oder ähnliches. Wie macht man das sonst? Momentchen mal. Was hat sich hier konkret verändert? Beziehungsweise. Wo geht es hier lang? Irgendwo. Irgendwie. Okay. Okay. Ein. Blutsloses Gästchen, sag ich mal. Okay. Wie buxier ich die Kugel darüber? Kann ich hier irgendwo hoch? Gibt es ja einen erhöhten Punkt. Und was ist das hier da hinten? Ach. Ach. Da komme ich zur Truhe. Okay. Looten wir die zuerst. So. Ein Schlüssel. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Moment. Ja. Über kann ich natürlich nicht. Wo ist hier genau nochmal eine Tür? Oder etwas. Was ich aufschließen könnte. Also im Moment stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht so ganz, was hier gefordert ist. So funktioniert das aber wohl nicht. Hätte ich die... Ne Quatsch. Die Kugel war ja nicht da. Warte mal. Bin ich da nochmal drauf? War hier ein Tor? Hier muss es ja irgendwie ein Tor geben. Aber noch nicht. Wenn ich das nochmal abschieße. Was passiert dann nochmal? Genau. Moment. Das will ich auch nochmal wissen. Ah. Dann... Habe ich schon fast gedacht. Dann geht das wieder so runter. In den Ursprungsstuch. Ach so. Ach, verstehe. Genau. Und dafür ist wohl der Schlüssel gedacht. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was hat das jetzt bewirkt? Ah. Und dann kann ich das da... Ah. In das Körbchen werfen. Die Kugel. Und dann müsste der Hase theoretischer laufen. Werfen. Ne? Das habe ich mir schon gedacht. Mist. Schaffe ich das auch vom Werfen her? Komm Link. Oh Link. Okay. Erster Versuch war nichts. Dafür wird der zweite umso besser. So. Ich versuche mal hier gerade zu werfen. Schön. Gerade. Schöner ran. Jawohl. Ja. Perfekt. So muss das. Und dann einmal bitte... Nein. Nee. Nee. Eigentlich eher nicht so. So. Aber auch nicht mit dem Königsbogen bitte. Das ist ja... Perlen vor die Säue werfen. Nee. Wir nehmen den Ritterbogen. So. Sehr schön. Nicer, nicer. Es ist ein Podest erschienen. Was aber spontan auch gerne mal verschwindet. Okay. Okay. Ah. Muss ich mich da jetzt... Hoch... Äh... Katapultieren lassen? Ja. Scheinbar schon. Das weckt Erinnerungen auf jeden Fall. Wir hatten ja schon mal so einen Schrein gehabt. Wo das im größeren Stil sogar so war. Momentchen mal. Ist die magnetisch? Die ist sogar magnetisch. Ach guck mal. Luxus. Wir werden ja verwöhnt hier. Das ist ja schön. Her damit. Die sieht irgendwie wertvoll aus. Ein Eisvogelschwert. Ein zweischneidiges Schwert des Ornivolks. Um im Flug seinem Träger nicht zur Last zu fallen, ist es extrem leicht. Das ist ja schön. Nehmen wir das mit? Das nehmen wir mit eigentlich. Was kommt dafür weg? Ah. Das ist die Qual der Wahl hier. Lassen wir halt das hier. Hier im Schrein. So. Weiter. Weiter. Ja. Ja. Weiter. So. Aber ich muss auch sagen, was mir auch vorhin aufgefallen ist. Ich vermisse langsam wirklich den klassischen Thunöffnungssound sozusagen. Ich mag den neuen auch sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Aber ich finde, es müsste irgendwie so speziellere Thun geben. So größere. Wo es dann eine neu aufgelegte Version des klassischen Sounds gibt. Oder gibt es das sogar? Ich weiß es nicht. Oh. Oh. Das war nicht geplant. Na ja. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn alles glatt gelaufen wäre und zu langweilig. So. Aber ich würde sagen, im Prinzip haben wir den Schrein. Ach, bin ich zum Tode verurteilt jetzt? Ach, schön. Guck mal. Ja. Ich bin zum Tode verurteilt. Das war's. Aber ich glaube, ich habe den Schrein jetzt im Prinzip gelöst. Ich muss jetzt nur noch zum Mönch gehen. Geht's da irgendwie raus oder eher nicht so? Doch. Aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Soll ich mich umbringen? Ginge... Ach, doch. Da geht's doch raus. Och, komm. Hat meine Ausdauer knapp nicht gereicht. Egal. Wo komme ich denn nochmal raus? Da. Okay, gut. Das passt mir eigentlich gut. Gut. So. Die Truhe ist gelootet und die ist auch immer noch gelootet. Okay, genau. Das ist alles gespeichert. Ja, und sonst ist hier ja nichts mehr. Ja, sonst ist ja ja nichts mehr hier. Gut. Dann können wir jetzt... Ich dachte, es fällt jetzt irgendwie wieder ins Wasser. Nein. Dann können wir jetzt hier den regulären Weg... Warte mal. Weiter. Ich dachte, dann wird's weitergehen. Hm? Moment mal. Hm. Wo ist hier der Mönch? Den hab ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Sekunde mal, bitte. Kleines Sekündchen, bitte. Wo ist der Mönch nochmal genau? Also irgendwie... Ich weiß... Nicht warum... Irgendwie verwirrt mich dieser Schrein dermaßen. Nein, da ist der Mönch nicht. Ist der Unterlingsschuh? Nein, auch mal Link. Ne. Er ist nicht unter Link... Ich glaube, ich werde wohl bekloppt hier. Das hat ja zum Glück niemand gesehen. Außer ihr halt. Schade. Na ja, Link. Jetzt nimmst du nochmal ein kühles Bad. Ist ja auch nicht erklärt. Das kühlt den Kopf ab. Der jetzt von der ganzen Anstrengung heiß geworden ist. Ich kann's wirklich nicht fassen, dass ich gerade zum zweiten Mal ins Wasser gefallen bin. So. Okay. Ignorieren wir das. Ich glaube... Ich... Ich... Ich lass mich nochmal hochkatapultieren. Wo ist jetzt hier... Etwas Mönchartiges? Ach, da. Ah. Okay. Ich muss mich tatsächlich höher katapultieren lassen. Und dann dahin schweben. Dann hier hin erst mal. Aber nein. Auch das hat noch nicht gereicht. Sekunde mal. Wie kommt man da hin? Warte mal. Ne. Guck mal. Da geht's... Da ist doch auch noch ein Gang, oder nicht? Ne. Das sieht nur so aus. Ne. Das sieht nur so aus. Man muss wirklich oben drüber. Okay. Das zu schaffen... ...ist im Moment die Herausforderung. Das schaffst du doch nicht. Kannst du nicht da drüber schweben. Wie soll man da bitte zum Mönch kommen? Geht das nicht irgendwie anders? Gibt's hier irgendein Hilfsmittel? Irgendein Mittelchen? Nein. Da würde mir spontan nichts auffallen. Wenn ich... Aber warte mal. Wenn ich das hier betätigen würde, was würde dann nochmal konkret passieren? Oh. Nein. Das wollte ich doch. Ich wollte... Warte mal. Was wäre jetzt? Oh. Ich... Ich klatsche voll. Keine Geniedeckel. Nein. Das war ja nicht Sinn und Zweck der Übung. Ich dachte, ich stehe auf sicherem Boden, der davon unabhängig ist, von dem Mechanismus da. Dem ist aber leider nicht so. Warte mal. Wenn ich hier stehe, das ist doch unabhängig von dem. Oder nicht? Nee. Das komplette Ding hängt zusammen. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Das erschwert die ganze Sache natürlich um einiges. Ich weiß. Ich stelle mich wahrscheinlich total blöd an, aber ich wüsste halt echt nicht, wie ich hier weitergehen sollte. Moment. Oh, komm. Oh, komm. Wahrscheinlich ist es total einfach, aber ich sehe es gerade nicht, aber dann ist es halt so. Wie gesagt, das gehört auch zu Zelda. Aber ich weiß nicht, wie ich zu diesem Mönch kommen soll. Weil das ganze Ding gehört zusammen. Das wissen wir jetzt. Muss ich vielleicht den Schwung der Rotation nutzen? Nein. Das kann doch nicht sein. Ich muss schon irgendwie... Muss ich irgendwas... Ah. Kann ich das ganze Ding anhalten? Kann ich das anhalten? Nee. Ich kann hier gar nichts anhalten. Schade auch. Ich will euch keine Truhe anhalten. Das bringt mir unheimlich viel, auf jeden Fall. Ich darf nichts anhalten. Ist ja auch schon mal interessant. Aber das wundert mich total, dass ich den Mechanismus nicht anhalten darf. Könnte ich auch Säulen erschaffen auf dem Wasser? Könnte ich auch, man. Nutzt mir nur aktuell nicht so viel. Nee. So oder so. Ich muss den Mechanismus nochmal triggern. Keine Frage. Ohne geht's nicht. Kann man das vielleicht doch irgendwie schaffen? Also das gehört dazu. Und das darf ich auch nicht anhalten. Nee. Ich darf gar nichts hier anhalten. Das wundert mich alles so. Ich verstehe das einfach nicht. Also dieses komplette Ding ins Kirchen. Warte mal. Das klappt sich dann nach da. Das komplette Ding ins Kirchen klappt sich nach da. Und wenn ich das hier triggern würde, was würde dann passieren? Also irgendwas muss ich ja irgendwie damit zu tun haben. Das ist klar. So, jetzt habe ich das so getriggert. Was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Nichts. Und davon recht viel. Jetzt ist es so. Wenn ich mich in das Körbchen stellen würde, es würde mir auch nichts bringen. Oder doch. Nein. Sicherlich nicht. Ich probiere es trotzdem einmal. Nein. Geht ja auch gar nicht. Och, Kinders. Jetzt üblich die ganze Zeit in böden Schreien rum. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Was ist hier gefordert? Wie muss ich hier arbeiten? Wie soll ich da hochkommen? Jetzt darf ich hier nochmal auf die andere Seite rennen. Das hier nochmal triggern. Was ist denn, wenn ich mich hier auf diese Plattform stelle? Auf die Plattform, auf der auch die Truhe war. Und das ist tatsächlich das Grätsel des Lösungs. Habe ich mir schon gedacht. Also beziehungsweise habe ich mir gerade überlegt. Und es ist tatsächlich so. Jetzt wäre es vielleicht mal runtergefallen. Ich glaube, es hackt wohl. Manchmal ist es, wie gesagt, einfach einfach. So, sprechen wir nun endlich den Mönch an. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Auserwählte hält. Im Namen der Göttin Hülya vielleicht ein Zeichen der Bewährung. Danke, mein Bester. Sehr schön. Ein Zeichen der Bewährung. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Sieben schon. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hülya dir beistehen. Und ihr wisst, was das heißt. Beziehungsweise das heißt schon lange. Dass wir ein bisschen schleimen könnten. Bei der Göttin und unseren Fleischwurst dringender Ausdauer bisschen ausbauen könnten. Wir haben ja zuletzt uns ein neues Herz spendieren lassen. Und jetzt ist ja wieder die Ausdauer dran. So, bei strahlendem Sonnenschein. Sehr schön. Gut, aber wir sind ja noch nicht durch. Mich wundert es gerade, dass das Leuchten... ...immer noch da ist. Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr dazu. Okay. So. Äh. Genau. Das haben wir abgearbeitet. Aber da mach ich die Markierung auch gleich wieder weg. Bevor ich hier dann durchdrehe. Anschluss noch... Was gibt da noch den Haju-Dama-Schreien? Dann kann ich schon mal wegmachen. Löschen. So. Und da ist auch Tesla. Übrigens. Ich will auch als... Ich muss die Krockenmaske finden. Ich weiß, ich muss die Krockenmaske finden. Aber ich würde eigentlich lieber erst mal das antike Sattelzeug finden. Weil das ist doch kein Zustand. Weil mittlerweile ist unsere Karte so groß. Und da kannst du nicht das Pferd einfach mal spontan von A nach B reiten teilweise. Irgendwie von Kakariko nach Eldin oder so. Du kannst es machen, weil das dauert halt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder so. Wobei. Ah doch, das könnte hinkommen. Ach genau. Das war der Schrein hier am Stall. An diesem Stall. Der von Stacheln eingerahmt ist. Sehr schön. Gut. Wir gehen rein. Ich weiß. Hab ich den schon gemacht? In dem verschollenen Part? Hält das sagt mir gerade gar nichts so. Hm. Wir werden sehen. Wegweisendes Wasser. Ach siehst du. In dem war ich noch gar nicht drin. Okay. Gut. Wegweisendes Wasser. Mhm. Das klingt schon mal schön. Ich mag ja Wassersch... Oder... Allgemein Wasser gerne. Und Wasserschreine. Waren bisher auch cool. Ich denke, ich brauche hier meine Zora-Rüstung. Lege ich mir diese Behauptung richtig? Nö. Nö. Gar nicht. Nämlich muss ich hier... Stimmt. Es würde auch wenig Sinn ergeben. Weil... Man ja sich aussuchen kann natürlich. Welche Reihenfolge... Man die Titanen macht. Und wenn man noch nicht bei den Zoras war... Könnte man den Schrein ja sonst nicht machen. Aber warte mal hier. Wie ist das hier? Ach das kann... Ah. Verstehe. So einfach. Moment. So. Nö. Nö. Das ist hier nicht gefragt. Hier muss mit den Eissollen... Beziehungsweise... Mit dem Kryo-Modul gearbeitet werden. Finde ich aber auch cool. Da kann ich auch meine... Boah. Ist egal. Der Stimmung wegen... Hier in dem Wasser schreien... Lasse ich die Zora-Rüstung an. Aus Solidarität... Zu den... Zoras... Und Mipha. So. Äh. Magnetmodul? Ne. Stasismodul? Ne. Macht ja keinen Sinn. Aber es sieht... Doch. Das könnte ich anhalten. Was macht halt wenig Sinn. Ich will es ja erstmal noch nicht anhalten. Doch. Ich will aber die Kugel anhalten. Was ist denn, wenn ich eine Kugel anhalte... Hier. In dem Bereich. Mist. Das hat nicht funktioniert. Und die dann... Das blockiert. Sodass die andere Kugel... Die zweite... Ne. Das funktioniert nicht. Dass die andere Kugel... Dann den anderen Weg einschlägt. Aber das ist halt auch sehr schwer. So. Moment. Jetzt kommt die nächste. Ne. Okay. Das funktioniert dann doch so nicht. Jetzt muss ich nochmal schauen... Wie genau das hier wirklich funktioniert. Ach Quatsch. Ich bin doch natürlich doof. Logischerweise muss ich das mit dem Kryo-Modul machen. Irgendwie die Kugel ablenken. Wie genau mache ich das? Das versperren einfach, würde ich behaupten. Sehr schön. So. Und jetzt muss ich nur noch... Das anhalten. Mit dem Stasis-Modul. Dass sich das nicht mehr verändert. Und die Kugel... Ah. Wäre auch zu einfach gewesen. Warte mal. Ah. Ne. Muss ich das zu einem Katapult umbauen? Das wäre aber schwer. Das wäre schwierig tatsächlich. Ne. Das zu teilen ist ja unmöglich. Ich glaube, ich habe die Säule nicht so günstig platziert. Das ist glaube ich das Problem. Ich glaube, ich muss die schon direkt hier machen. Und dann das anhalten. Oder? Ne. Sehr schön. Jetzt habe ich mir gewissermaßen mein eigenes Grab geschaffen. Oder? Alternative... Ne. Das macht auch wenig Sinn. Ne. Ne. Das macht alles wenig Sinn. Ich weiß gerade noch nicht so genau, wie ich es anstellen soll. Schon hier so. So irgendwie. Passt das da noch durch? Ich hoffe schon. Oder? Ach Quatsch. Ich muss natürlich auch hier noch eine Säule hin machen. Um zu verhindern. Ach. Jetzt passt die Kugel wieder nicht durch. Ich glaube, das reicht sogar, wenn ich das so mache. Beziehungsweise... Doch. Ich glaube, jetzt funktioniert es. Warte. Jetzt kommt hier hin. Meine Säule. Jetzt müsste es funktionieren. Na. Ich kriege es nicht mehr hin, dass sie da weiter pullert. Das habe ich doch hinbekommen. Schon. Jetzt. Aber müsste es doch funktionieren. Komm schon. Oh, der Cooldown. Der Cooldown. Los. Na. Dann beim nächsten Mal. Ich muss das Stasis-Modul updaten. Das ist ja auch nichts. Kein Zustand so. Jetzt aber. Oder? Jawohl. Ja. Jetzt hat es geschnaggelt. Sehr nice. Gut. Gab es hier keine Truhe? Oder habe ich die übersehen? Wo ist hier die Truhe? Da oben irgendwo? Ach, da ist die. Die habe ich komplett übersehen. Die will ich natürlich versuchen zu looten. Ich nehme mal ganz stark an, dass ich hier mehrere Eissollen brauche. Und mir hier so ein Treppchen... Ach, da muss ich erstmal die kaputt machen. Erstmal so. Hier eine. Dann... Nee. Erstmal hier hoch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier genau machen soll. Einfach so eine Treppe. Nee. So wäre es schon richtig gewesen. Und dann... So... Kann ich schon hoch? Ja, guck mal. Sehr schön. Und es ist ein violetter Rubin. 50 Rubine wert. Sein violetter Glanz löst ein wohliges Kribbeln in deiner Magengegend aus. Oder eher in meinem Geldbeutel. Kann auch sein. So. Sehr schön. Aber mit dem Kryo-Modul kann man auch schöne Dinge machen. Und sich das Leben deutlich erleichtern. Ich wäre jetzt schon fast hier runtergefallen. Na, oh Gott. Ich wäre wieder fast runtergefallen. Irgendwie bin ich ein bisschen besoffen, Leute. So. Passt aber. Hallo, Mönch. Wie immer sehr schön dich zerblicken. Du hast meine Prüfung gemeint. Ist ja gut. Jetzt überspringen wir es. Ich habe ja gesagt, einmal pro Part. Hören wir es uns an. Und gucken es uns an. Aber mehr auch nicht. Mehr brauche ich dann doch nicht. Da ist dann mein Bedarf gesättigt. Gestillt. So. Ich überlege gerade. Wollen wir noch in den Schrein reingehen? Oder wollen wir gucken, ob hier gerade was rumläuft, was man jagen könnte? Und. Ja, ich würde sagen, wir gucken, ob hier gerade was ist. Wenn nicht. Oh, die Wassergeräusche sind so berührend. Ah, guck mal. Jetzt sind die Stacheln weg. Jetzt, dass ich ein Schrein gelöst habe. Ach, cool. Sehr schön. Finde ich auch sehr angenehm. Aber das Wetter hier passt auch zum Wetter im Real Life. Gerade bei uns. Beziehungsweise jetzt hat es aufgehört zu regnen. Und es hat den ganzen Tag geschüttet. Wie blöd. Von dem schönen sommerlichen Wetter der letzten Tage ist nichts mehr übrig geblieben. Gefühlt. Und dabei wollten wir heute eigentlich grillen. Aber das haben wir dann ausfallen lassen. Natürlich schon verschoben. So. Hab ich das da schon? Waren wir da schon mal drauf? Da hätte ich eigentlich Lust drauf. Was ist da denn? Da ist ein Vögelein. Aber erstmal töten wir den natürlich. Mist. Und tot. Haben wir hier keine... Da ist eine Brücke. Na gut. Wobei. Ich will eigentlich schon gerne die Obterrock-Teile haben. Weil die ja relativ wertvoll sind. Jetzt ist dann aber der Vogel halt weg, wenn ich das tue. Wenn ich hier mit der Strömung arbeite. Und hier irgendwo rauskomme. Dann sollten die eigentlich nicht wegfliegen. Sehr schön. Wir pirschen uns ran. Zücken den Bogen. Nummer 1. Und Nummer 2. Ah. Nummer 2 haben wir nicht mehr bekommen. Immerhin ein. Eine schöne Keule. Und dann würde ich gerne nochmal hier drauf. Da habe ich gerade auch Lust drauf. Aha. Ein einzelner Stein. Beziehungsweise na gut hier sind mehrere. Also doch nicht so verdächtig. Sieht doch nicht nach Krok-Rätsel aus. So. Immerhin das Klettern an einer Leiter verbraucht keine Ausdauer. Nur das Springen. Aber es regeneriert sich schnell. Das ist sehr schön. Ein verrostetes Schwert. Und eine Kiste. Muss ich die kaputt machen? Bringt mir das was? Nein. Nicht mein Eisvogelschwert. Leune. Felsenspalte. So. Und da ist auch ein Holzpfeiber drin. Ich glaube es hackt wohl gewaltig. Na gut. Wir hätten einen schönen Ausblick. Wenn das Wetter nicht so scheiße wäre. Aber guck mal. Das sieht schön aus. Hier der Fluss. Und das auch eigentlich. Gut. So. Was machen wir noch? Wie gesagt. Ich würde sagen. Wir gehen jetzt. Richtung. Und wir können der Fee auch noch einen Besuch abstatten. Genau. Wir gehen nach Kakariko. Gehen dort zur Statue. Genau. Genau. Das machen wir. Kakariko. Das war nochmal wo? Das war da. Genau. Also zum Tachonihi schreien. Kennen wir mittlerweile schon. Und dann können wir auch der Fee noch einen Besuch abstatten. Und mal gucken, ob die noch was für uns tun kann mittlerweile. Aber ich habe ja auch nicht so viele Gegner erlegt. Und ich weiß gar nicht welche Monster-Teile die jetzt aktuell braucht, um unsere Kleidung zu verbessern. Wir gucken mal. Und wir können noch ein paar Feen abgreifen vielleicht. Übrigens habe ich jetzt auch rausgefunden, wie sich es mit den Feen verhält. Und die sind eigentlich auch tagsüber da. Man kann aber nur maximal drei bis vier gleichzeitig sammeln. Also in einem Farming-Tour. Dann muss man an einem anderen Tag wiederkommen und kann sich wieder welche holen. So ist das nämlich. Hab mich auch gewundert. Ich dachte, die wären abgehauen wegen dem Gewitter. War aber tatsächlich doch nicht so. War, weil ich schon die begrenzte Anzahl erreicht habe. Gut. Warte mal, was hat was? Habe ich mir denn da alles markiert schon wieder? Ach, das ist das. Okay. Ne, gut. Ach, die Musik. Ich liebe sie einfach. Gut. Aber es geht auf zur Statue. Die war da. Ups. Sehr geschickt bin ich gelandet. Und sehr elegant und graziös. Du hast Herausforderungen bestanden. Und Zeichen der Bewährung erhalten. Für vier Zeichen kann ich dir neue Kraft gewähren. Was ist dein Begehr? Ich erbitte Ausdauer. Wir haben ja acht. Wird es jetzt erhöht, Jab? Wenn es so bleibt. So sei es. Dann dürfen wir unsere Herzen auch nochmal aufstocken. Ein Ausdauercontainer. Ausdauercontainer. Ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird. Der die Prüfungen besteht, erhöht deine maximale Ausdauer. Sehr schön. Und noch ein Viertel Fleischwurstringen dazugekommen. Du scheinst doch weitere Zeichen der Bewährung zu besitzen. Für vier neue kann ich die neue Kraft gewähren. Das ist schön. Soll ich nochmal Ausdauer oder Herzen herzen? Einen zusätzlichen Herzcontainer. Ja, so sei es. Jetzt haben wir null. Sehr schön. Perfekt. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt acht, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Bringe den Frieden nach Hyrule zurück. Werde ich tun, werde ich tun. So. Gut. Dann sind wir durch. Dann war es doch schon wieder für diesen Part. Ich habe nachgeholt, was verloren gegangen ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal Entschuldigung, dass mir entgangen ist, dass der Part nicht aufgenommen wurde. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Naja. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.